Hallihallo, Hallöchen, liebe Facebook-Freunde, Rambazamba-TV-Freunde, liebe YouTube-Freunde, wir haben wieder einen neuen Videodeal am Start, wieder live hier aus dem Markt, bevor wir aber mit dem neuen Videodeal anfangen, noch mal was zum alten Videodeal oder zu den Videodeals überhaupt. Liebe Freunde, für alle die, die erst klicken und dann das Gehirn einschalten, bitte, bitte, bitte. Wir haben ja von jedem Videodeal immer nur begrenzt. Wir haben 30, 50, 80 Stück. Viele Leute schreiben uns eine Mail und bekommen keinen mehr, weil wir ausverkauft sind, innerhalb weniger Stunden. Es gibt Menschen, die klicken, bestellen, kriegen die Rechnung und bezahlen dann nicht, trotz mehrfacher Mahnung. Was ist das für ein Blötkram? Ist doch einfach nur doof. Lasst das bitte sein. Das macht keinen Spaß. Andere Leute bekommen nichts und wir bekommen dann irgendwie böse Mails. Ich habe schon dreimal Videodeal gedrückt und kriege nie ein, weil irgendwelche Flachpfeifen irgendwas drücken und dann nicht bezahlen. Bitte, bitte, bitte. Einfach nicht drücken. Sie kommen auf eine Sperrliste und kriegen da nie mehr was bei uns. Lieschen Müller. Ne? Einfach bezahlen, wenn Sie auch bestellen. Dann kriegen Sie auch die Ware. Okay? Dankeschön. So, jetzt zum neuen Videodeal. Wir haben heute was für an die Wand. Und zwar einen Briefkasten. In Edelstahl. Komm mal rüber. Vom deutschen Markenhersteller aus 10, 18er Edelstahl. Große Einwurfklappe zum Schutz vor Feuchtigkeit. Wichtiges in DIN-Maß. Da passen auch die großen Briefumschläge, Zeitschriften rein. Und natürlich unten Zeitungsfach mit großem Postfach, mit Zeitungsrolle, inklusive zwei Schlüssel. Das Ganze mit Montagematerial. Ich packe mal einen aus. Guck mal hier. Nehmen wir einmal raus. Aus Edelstahl. Guck mal. Das ist das Modell für 19,99 Euro plus Versand. So sieht das Teil aus. Große Klappe. 10, 18er Edelstahl. Sichtfenster schon dran, dass man sieht, ob auch was angekommen ist. Den legen wir jetzt mal hier hin. Das ist das Modell 19,99 Euro in Edelstahl. Wir haben noch ein zweites Modell. Ein Luxusmodell. Guck mal hier. Hier zwar auch nur Post rein. Ist etwas größer von den Abmaßen. Edelstahl, Großpostfach mit Zeitungsrolle. Die kann man unten dranschrauben. Man kann sie aber auch weglassen. Zwei Schlüssel. Das Maß ist natürlich etwas größer. Auch hier packen wir mal aus. Guck mal hier. Befestigungsmaterial mit dran. Zwei Schlüssel mit dran. So. Machen wir hier mal die Folie ab. So, guck mal hier mit Glas. Richtig schön. Natürlich gemilcht, damit nicht jeder sieht, was drin ist. Die Rolle, Zeitungsrolle ist hier oben drin. Auch hier großes DIN-Maß. Alle Zeitschriften passen rein. Zeitungsrolle kann man unten dranschrauben. Ist alles mit dabei. Das Teil kostet 24,99 Euro plus Versand. Unser weltbekannter Versandkostenschmerzlinderungsbeitrag. Den gibt es natürlich auch wieder. Nehme ich heute von der Firma FERM. Deutsche Ware. Guck mal bitte. Drei Jahre Garantie. Ein elektrischer Meter. Kostet normal 6,99 Euro. Den gibt es gratis dazu. Das ist kein Handy hier. Hallöchen. Was? Videodeal kriegen Sie? Nein. Das ist ein elektrischer Meter. Vor allem kann man alleine was ausmischen. Man braucht keine zweite Person nicht. Guck mal da drüben. Wie lang ist denn das? Zack, weißt du selber. Ja, und wieder einfahren. Da können Sie auch immer fragen, wie lang möchten Sie es denn gerne? Sagen Sie einfach Stopp. Also, das Teil geht insgesamt, ich glaube, 7,50 Meter. Das gibt es gratis dazu als Versandkostenschmerzlinderungsbeitrag. Und jetzt oben, unten, hinten, vorne klicken. Modell 1, 19,99 Euro. Edelstahl, das Luxusmodell aus Glas, 24,99 Euro. Wieder live aus dem Markt. Ich sage schönen Abend. Tschüss, euer Alex. Ciao.